Heißt es, ja, wir haben uns das schon überlegt, wir haben noch nicht so richtig im Vertrieb aufgebaut, aber wir möchten das vielleicht eventuell sogar in-house machen. Dass ich dann auch diese Seite diskutiere und sage, ja, natürlich, klar, das ist auch eine Überlegung wert, es hat auch gewisse Vor- und Nachteile, sich einen Vertrieb direkt in-house sozusagen aufzubauen. Ja, hier Angestellte mit reinzunehmen ins Boot, Inside Sales, Account Manager, Sales Manager etc. langsam aufzubauen, vielleicht sogar ein eigenes kleines Telemarketing-Team. Da muss ich auch viel investieren in Coaching und so weiter, da gehe ich ganz viele Risiken ein, die ich jetzt beim Outsourcing überhaupt gar nicht eingehen muss, ja, weil ja sozusagen die Infrastruktur schon da ist. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von Klein Marketing. Mein Name ist Thomas Klein und heute möchte ich mal ganz kurz eine Einwandbehandlung, eine Methodik, eine Technik, einen Skill beschreiben in der telefonischen Kategorie, das sehr häufig, wo ich letztens mal ein Buch gelesen habe auch, aber ich das auch intuitiv eigentlich schon immer so gemacht habe. Das ist ganz interessant eigentlich für mich selber auch, dass ich das mal herausgefunden habe. Und das ist die einseitige, beziehungsweise die zweiseitige Einwandbehandlung. Und da gibt es noch eine Steigerung, die zweiseitige Einwandbehandlung sozusagen, die dritte Methode mit Widerlegung der Kontraposition. Und was es genau ist, beschreibe ich jetzt mal ganz kurz. Also es gibt die einseitige Einwandbehandlung. Die einseitige ist, wenn ich sage, naja, ich grüße Sie hier mal ja XY sowieso in der Telefona-Krise, meine Dienstleistung, mein Produkt. Es lohnt sich, sich das mal anzuschauen aus den folgenden Gründen. XYZ123, wir sind Marktführer, wir sind dies, wir sind jenes. Also die ganzen Funktionalitäten, die ganzen Features, die ganzen Gründe, rational, irrational, whatever. Ich betreibe eine einseitige Einwandbehandlung sozusagen oder ein einseitiges Marketing, ein einseitiges Sales. Das heißt, ich stelle meine Dienstleistung, meine Produkte sozusagen in den Vordergrund. Ich plädiere ganz stinknormal für mein Ziel, mein Verkaufsziel. Die zweiseitige ist, die zweiseitige Verkaufsstrategie oder Einwandbehandlung, je nachdem, ob mein Einwand vorliegt, dass ich auch die Kontraproduktion irgendwie sehe und auch mit ins Spiel bringe. Also für mich ganz typisch, was ich auch schon immer so gemacht habe, wenn ich gesagt habe, hätten Sie Interesse daran, uns als Ihre Speerspitze im Vertrieb zu beauftragen, wenn ich zum Beispiel mit einem Geschäftsführer eines IT-Systemhauses spreche. Und dann heißt es ja, wir haben uns das schon überlegt, wir haben noch nicht so richtig im Vertrieb aufgebaut, aber wir möchten das vielleicht eventuell sogar in-house machen. Dass ich dann auch diese Seite diskutiere und sage, ja natürlich, klar, das ist auch eine Überlegung wert, es hat auch gewisse Vor- und Nachteile, sich einen Vertrieb direkt im Hause sozusagen aufzubauen. Ja, hier Angestellte mit reinzunehmen ins Boot, Inside-Sales, Account-Manager, Sales-Manager, etc., etc., langsam aufzubauen, vielleicht sogar ein eigenes kleines Telemarketing-Team. Da muss ich auch viel investieren in Coaching und so weiter. Da gehe ich ganz bestimmte Risiken ein, die ich jetzt beim Outsourcing überhaupt gar nicht eingehen muss, weil ja sozusagen die Infrastruktur schon da ist. Aber das wären so die ganzen Argumentationen hin und her, die ich da tagtäglich eigentlich schon immer so geführt habe, dass ich auch sage, ja, das In-house-Sales-Team so aufzubauen, ja, diese Variante, Kalterkrise zu betreiben oder Telefonakquise zu betreiben, ist durchaus auch vertretbar, hat seine Vor- und Nachteile. Das sind sozusagen beide Seiten, weil wenn ich über diese Arten von Vertriebsstrategien diskutiere, meinen potenziellen Kunden, daran verdiene ich ja nichts. Da ist ja keine Möglichkeit für mich wirklich ins Geschäft zu kommen, indirekt vielleicht schon als Coach sozusagen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach dann in-house diese Telemarketing-Teams mithelfe, mit aufzubauen, ja, den Personalleitern sozusagen auch ein bisschen unter die Arme greife und dann also auch im Auswahlprozess und dann auch im Coaching-Prozess einfach diese Leute zu trainieren meine Zeit lang, ja. Und solange bis es dann so ein richtiges Inside-Sales-Team daraus geworden ist, wäre auch eine Möglichkeit der Zusammenarbeit. Ist aber jetzt nicht so primär mein Kenngeschäft. Und von daher eigentlich erstmal unnütz, ja. Aber dann, das habe ich jetzt quasi schon vorweggenommen, ist letztendlich, das ist sozusagen die erste, die zweite, die dritte Möglichkeit, ja. Das ist sozusagen die zweiseitige, die zweiseitige Strategie und dann mit Widerlegung der Kontra, ja, mit Widerlegung der Kontraposition. Das heißt, ich, sozusagen, ich baue hier Vertrauen auf, indem ich sage, ja, in-house ist es möglich, ja, und das hat auch so eine Vorteile. Und dadurch baue ich natürlich Vertrauen auf, dadurch baue ich auch sozusagen gewisse Seriosität auf, denn ich sage nicht, ja, das eine ist nur schlecht, das andere ist nur gut. Und widerlege dann aber letztendlich dann auch die ganzen, sozusagen, ich werfe beides in die Waagschale, ja, Vor- und Nachteile und dann widerlege ich sozusagen auch die ganzen Nachteile. Und das heißt, unterm Strich, überwiegen meiner Meinung nach natürlich die Vorteile, wenn man den richtigen Partner findet, die Kalterquise auch zu sourcen, ja. Bis zum gewissen Maß natürlich, denn ich denke, dass man auch in-house Kalterquise sehr gut als Beinmischung zusätzlich noch machen kann. Ja, und häufig ist es ja sowieso eine Mischung aus den beiden, ja. Genau. Und so viel soweit so gut. Ich freue mich wieder auf das nächste Video, wenn es wieder heißt, kleinen Marketing, Consulting und bis zum nächsten Mal bei Thomas Gein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Thomas Gein. Tschüss. 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 Tschüss.